Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute das Depot-Update für den Monat Juli an und zwar insbesondere das Venture-Depot und wir stellen nochmal einen kleinen Vergleich an oder schauen uns an, wie denn das Dividenden-Strategie-Depot da dementsprechend im Vergleich ausgesehen hat. Wir gucken einmal rein, wie sieht das Portfolio aktuell aus. Nvidia, ASML, Zooplus, Shopify sind die vier größten Positionen. Ich bespare ja alle mit 25 Euro in dem Fall. Da sieht man hier schon, dass es durch die Performance der Unternehmen auch schon eine gewisse Gewichtung gibt. Mercado Libre, Amazon, Alibaba, der von Egg Gaming, ETF und die Shop-Apotheke gehören auch mit dazu. Ganz interessant, die Performances der unterschiedlichen Unternehmen waren extrem anders. Das ist auch mal wieder ein sehr großer Unterschied. Wenn wir uns die Performance mal hier angucken, der Monat, minus 2,81%. Wenn wir uns im Vergleich bei der Consorzbank mein Portfolio angucken, da hatte ich eben ein Plus von 2,14%. Also ein deutlicher Unterschied an der Stelle. Welche Unternehmen waren besonders schlecht diesen Monat, was die Performance betroffen hat? Vor allem die Shop-Apotheke und Alibaba, die dann stark negativ aufgefallen sind. Der von Egg Gaming, ETF jetzt auch nicht der allerbeste Monat. Genauso wie bei Amazon und Nvidia. Man muss fairerweise sagen, Nvidia ist natürlich auch unfassbar stark gelaufen. Wenn wir uns dann in der Year-to-Date-Ansicht nochmal anschauen, gemeinschaftlich. Ja, ansonsten eine ASML. Hier die Top-Position mit plus 9%. Wenn wir das hier auch nochmal so ein Stück weit vergleichen, sehen wir hier die Top-Position bei plus 12% und die negativste Position hier bei minus 18% Tencent. Und wenn man sich jetzt wieder überlegt, von Egg Gaming, ETF, da ist natürlich auch ein Activision Blizzard mit drin. Da ist auch eine Tencent unter anderem mit drin. Dementsprechend auch hier der von Egg Gaming, ETF diesen Monat nicht allzu positiv abgeschnitten. Wir können uns das Ganze auch nochmal in der Year-to-Date-Ansicht anschauen. Da sieht das etwas anders aus. Und da sieht man vor allem Nvidia unfassbar stark. Zooplus auch, ASML, Shopify und dann kommt lange nichts. Dann mit knapp 3,7% hier dann Amazon von Egg mehr oder weniger gar nichts. Und MercadoLibre, Alibaba und die Shop-Apotheke eher im negativen Bereich. Wobei MercadoLibre jetzt zuletzt sogar einen starken Kurzsprung hatte. Wenn man da die Zahlen vorgelegt hat, die sehr, sehr gut aussahen, ist gar nicht, wenn ich hier mal draufgehe, sieht man hier den Sprung auch relativ gut. Das auf jeden Fall positiv zu vermerken. Die Gesamtperformance bisher dieses Jahr vom Venture Depot liegt bei 13,57%. Und man sieht jetzt hier auch schon, August sieht sehr, sehr gut aus mit plus 4,1%. Was natürlich auch an dem starken Anstieg jetzt von MercadoLibre selbstverständlich liegt. Wir können uns das auch hier nochmal anschauen. Aktuelles Jahr hier stehen wir bei dem Dividendenstrategie Depot bei 16,34%. Also auch da im August bisher die Vorzeichen wirklich sehr, sehr positiv. Trotzdem hier die Volatilität ist einfach deutlich, deutlich stärker. Und werde auch hier das Portfolio erstmal nicht erweitern, sondern es bleibt wirklich bei den Titeln, die ich jetzt hier habe. Und ich finde, hier sieht man das dann auch relativ gut, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Also es ist ein Auf und Ab, trotzdem natürlich positiv jetzt hier. Aber es ist natürlich schon ganz, ganz anders, als wenn man das jetzt hier irgendwie in einem Vergleich dann sich auch einfach anschaut. Das ist kontinuierlicher nach oben und langfristig kontinuierlich irgendwie nach oben gegangen. Und hier ist es echt so Ping, Pong, Ping, Pong, Ping. Ich warte dann wieder aufs nächste Pong. Keine Ahnung, gucken wir mal, wann und ob das Ganze dann irgendwie überhaupt kommt. Aber es ist schon sehr interessant. Und hier sieht man natürlich auch, die Einzahlungen schlagen hier natürlich deutlich noch zu Buche. Dadurch, dass sich ja all die Titel, die wir jetzt eben gesehen haben, mit 25 Euro besparen und das Portfolio jetzt derzeit, haben wir ja hier gesehen, bei 1655 Euro steht, machen die Einzahlungen natürlich noch ordentlich was aus. Und dann sieht man diese Sprünge hier relativ gut. Hier sieht man diese Sprünge gar nicht mehr. Ja, also das macht fast, also gut, hier sieht man es ein bisschen, man sieht es so ganz leicht vielleicht. Hier auch vielleicht, aber es ist wirklich minimal. Und ich bin wirklich gespannt, wo sich, sagen wir mal, mein Venture Depot und mein Experiment, das ich jetzt hier so ein bisschen gemacht habe, hin entwickeln wird. Ich glaube nach wie vor sehr, sehr stark an die Unternehmen, die wir hier drin haben. Und man sieht es ja auch, eine Nvidia mit wirklich einer unfassbar starken Performance, eine ASML, eine Zooplus, auch eine Shopify, die sich toll entwickelt hat. Und es hätte auch bei Amazon, fand ich auch, die letzten Geschäftszahlen, auch wenn der Prime Day vielleicht dann ein bisschen verhaltener ausgefallen ist, fand ich auch nicht ganz so schlecht. Alibaba natürlich aktuell, die ganze China-Thematik, die da so ein bisschen auf die Stimmung drückt. Das gleiche dann beim FunEck Gaming ETF, wo du ja eben eine Tencent relativ groß mit drin hast, eine Activision Blizzard, die ja momentan auch sich ein, zwei Herausforderungen stellen muss intern. Das drückt dann natürlich bei so einem ETF, wenn die Positionen da größer sind, auch ein bisschen drauf. Und generell auch auf den gesamten Sektor und die Shop-Apotheke derzeit ein, zwei Zahlen, die da einfach nicht so positiv ausgefallen sind, wie man sich das erhofft hat. Und dementsprechend gab es dann da auch den ein oder anderen Abverkauf, was man ja dann doch auch relativ drücklich hier dann auch nochmal gesehen hat. Ja, mit minus 34 Prozent vom Hoch sind wir da echt ordentlich, ordentlich weit weg. Und man muss natürlich auch, man muss natürlich so, hier sieht man es nochmal, hier oben war das Hoch, dann muss man sich natürlich auch nochmal die Frage stellen, okay, wie sieht denn New Normal aus? Ja, und inwiefern kann sich da eine Shop-Apotheke behaupten? Und natürlich hat man da unfassbar viel jetzt in der Vergangenheit dann mit eingepreist, damit alle Leute kaufen dann auf einmal Medikamente nur noch online. Das betrifft ja im Prinzip alle Online-Player, ja. Und zu plus, unfassbar, unfassbar stark hier unterwegs mit plus 50, 50 Prozent, was wir hier sehen. So, und da kannst du aber auch sehen, das war jetzt auch, hatten wir hier auch eine Phase, wo es eher seitwärts negativ ging und dann durch Corona gab es dann schon ein Stück weit, zumindest so einen Langfrist-Boost, den man hier auch einfach sehen kann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in diesem Portfolio. Wenn ihr das mitbekommen möchtet, auf jeden Fall einen Daumen nach oben dalassen, ein Abo dalassen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin und bleibt gesund, euer Sven. Musik Musik Musik